So, herzlich willkommen! Das ist ein ganz kurzes Tipps und Tricks für Grim Dawn. Egal welche Version, egal welche Stufe, Upgrade, was weiß ich was, DLC ihr seid, völlig scheißegal. Es geht darum, wie man Loot sehr schnell sortieren und sehr schnell filtern kann. Und nicht nur mit der normalen Filterfunktion hier unten links, sondern auch wie ihr, wenn ihr Loot loswerden wollt und einfach den Filter nutzen wollt, wie ihr das machen könnt. So, das heißt, ich starte mal hier kurz in eine kurze, kleine Runde. Oh, es sieht so fettig aus. Es ist erst, wie viel Uhr haben wir denn? Neun Uhr abends. Ich bin tot. Warum auch immer. Aber ich habe das in dem letzten Video ganz gut gezeigt und wollte jetzt einfach nochmal zeigen, dass ihr es so echt gut machen könnt. Also, folgendermaßen sieht es aus. Ihr habt, nehmen wir an, ihr habt die Taschen voll mit eurem Loot. Das wollt ihr alles loswerden und ihr wisst, dass das alles scheiß ist. Und ihr wollt eine besondere... Hallo! Oh! Huh! Okay! Und ihr wollt eine besondere Sache sammeln. Ihr wollt zum Beispiel Kreaturenbonus sammeln. Jetzt ist es so, ihr könnt es hier nicht sortieren. Ihr könnt hier unten in eurem... Hier in eurem Filter zwar einstellen, ihr wollt Sachen mit kreaturspezifischen Sachen angezeigt kriegen, wenn die droppen, aber wenn ihr mal die Taschen voll habt, dann könnt ihr es nicht mehr sortieren. Ihr könnt es doch sortieren, indem ihr hergeht und sagt, ich gehe zum Verkäufer. Also zum Käufer in dem Fall. Und verkaufe dem Käufer meinen ganzen... Achtung! Scheiß! Das hole ich natürlich alles zurück, weil das brauche ich ja. Und jetzt verkaufe ich das hier. Und habe das verkauft, weil das alles... Wir drehen wir davon aus, das ist sehr schrott. Und jetzt ist mir aber der wichtige Wert, den ich eigentlich suchen und behalten möchte, Kreaturenbonus als Beispiel. Ist ja für diese Challenge ganz gut. Also gebe ich ein Kreatur. Oder wenn ihr Englisch spielt, Pet. Und schon kommen hier hell aufleuchtend die Sachen, die zu der Kreatur gehören. Das bedeutet also zum Kreaturschaden. Bedeutet, das hier würde ich mir jetzt wieder rausnehmen, damit ich es wieder in meinem Inventar habe. Weil das hat hier Kreaturschaden, beziehungsweise 18% Leben. Genauso gut könnt ihr aber sagen, ich mache jetzt keinen Kreaturen-Petmaster, sondern ich gehe auf Blitzschaden. Und dann gebt ihr Blitz ein. Dann wird alles, was mit Blitzschaden oder Blitzabwehr oder Resistenzen zu tun hat, angezeigt. Und ihr könnt euch das wieder rausholen beim Rückkauf. Und ihr habt dann quasi nicht das Problem, dass ihr immer filtern müsst. Ihr haut es einfach, verkauft den Scheiß hier unten raus, filtert hier oben raus, was ihr braucht, was weiß ich. Säure, Säure und haut den Dreck raus und guckt dann, wenn da was leuchtet, wisst ihr, es hat mit Säureschaden zu tun. In dem Fall ist es hier nicht so. Gut, das ziehe ich natürlich alles wieder an, weil das ist ja das Setup, was ich brauche. Ich hoffe, es ist verständlich. Das war mal ein kurzes, ich nenne es mal Tipps und Tricks. Und das war mir ganz wichtig, weil es hat mir echt geholfen, bei den vielen, vielen Jahren, wo ich schon Grim Dawn spiele, dass ich einfach mit dieser Funktion mir das Verkaufen leichter machen konnte und meine Sachen, die mir wichtig sind, raussuchen konnte. Jo, alles klar. Dann wünsche ich einen schönen Freitagabend. Guckt natürlich meine Java-Updates an. Guckt natürlich die Videos, guckt Grim Dawn-Folgen und abonniert mich am besten, meinen Kanal und das ganze Gelaber. Ich gebe jetzt noch den Quest ab und dann gehe ich auch wieder raus und werde mich mal auf die Couch legen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, ciao.